Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Kingdom Hearts Dream Drop Distance. So meine Lieben, jetzt muss ich erstmal schauen, wo wir eigentlich hin müssen. Wo müssen wir eigentlich hin? Weiß das jemand? Weiß jemand, wo wir hin müssen? Ich hab nämlich gar keine Ahnung, wo wir hin müssen. So, aber vielleicht muss ich auch ihn hier einfach umsteuern, damit er mich da hinbringt, wo ich hin soll. Sehr schön. So, und Monster sind auch schon wieder da, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, ich fürchte... Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, ich befürchte, wir schaffen das nicht mehr rechtzeitig, weil... Wo bringt mich das Ding hin? Ernsthaft? Bin ich jetzt hier nicht einfach nur wieder am Anfang? Nee, anscheinend nicht. Hier ist ja eine Kiste. Ich bin gerade leicht verwirrt. Das ist, wenn man... Wenn man halt mal... ...ne kleinere Zeit lang nicht mehr gespielt hat, dann weiß man echt nicht mehr, wo man hin will... Achso, wir sind jetzt hier in einem Extra-Ding für eine Kiste. Aha. Aha. Okay, wir können was Neues basteln. Mir wurde auch in die Kommentare einiges an Tipps und Tricks geschrieben. Vielen lieben Dank dafür. Zum Beispiel, dass die Fähigkeiten, dass ich die Fähigkeiten, die ich hier gerade schön fleißig am Skillen bin, dass ich die gar nicht immer benutzen kann, sondern dass manche halt auch wirklich nur für das Monster aktiv sind. Sprich, nur wenn ich dieses Monster dabei habe, ist diese Fähigkeit bei mir auch aktiv. Das habe ich natürlich gar nicht gewusst. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass das so ist. Die nächste Sache wäre... Wo muss ich eigentlich hin? Das wäre auch noch gut zu wissen. Stirb! Spüre meinen Funken, den ich hier habe. Denn ich habe einen Funken. So, sehr schön. Ach, da lebt ja noch jemand. Sehr schön. Oh ne, das ist meine Blume. Aber du hier, du gehörst nicht zu meinem Team. So, da ist jetzt immer noch die Frage, wo geht es weiter? Ach, hier, ne? Ah, okay. Ich glaube, hier geht es weiter. So, da ist es. So, da ist ja... duتهst. Du hast ja, das ist eine Blume. 250 Euro-Kose. ... ... ... ... ... ... Oh. I don't think Rinzler is quite the friend you remember. He just needs time. That's all. Korra! Tron! Don't! Tron. Why? That's what we do. Put the most precious memories in the back of our minds where they're safe. Or in your case, the most precious hearts? Not you again! The memory and heart are tightly linked. I found this! Rub a few memories together and you get a spark of emotion, a feeling. But in a digital world, memory does not work like that. Nothing is ever felt. You can hold a thousand, a million times the information, but there is still no heart with which to parse it. Once, my master Ansem found an old system and made a copy of its master control program, and used it to serve his own ends. This is the original data of that system. Here, data can be copied. Memory can be changed and easily manipulated. Tron is a digital entity. So why would he be any different? He obeys the rules of this world. Sora, what about you? Me? Your heart, memories, your data, and your dreams. The bits and bytes that have made up your life so far, can you say for sure they are not just copies of someone else's? Yes. My memories and feelings belong to me. You had better check. Make certain the boxes' contents match what's on the label. Since you have been chosen. Chosen for what? You think this is the realm of dreams. But there you are mistaken. Data does not dream. Cannot dream. This world is real. You haven't the slightest idea where you are. That you have already wandered off the path. What do you mean? What in the world? Combatant 13 versus Rinsler. Greetings Sora. I've been waiting. Who are you? I am Clue. So it was you. You're the guy who turned Tron into Rinsler. Correct. I had to repurpose his code. Well, unrepurpose it. Yes. Under the right parameters I might. Huh? You have a little item called a Keyblade. It can open any lock, isn't that right? Hand it over. And I'll change Rinsler back into Tron. The Keyblade? I... I can't. This is what lights the darkness. A chance to make everyone happy. Huh. Flawed reasoning. I'll have to take it by force. Tron! Why can't I get through to you? Fight, Sora! Kora! You're okay. I can't believe it. Yes. I think Tron heard you. Long enough for me to escape. You can do it. You can get through to him. Sora! You have to fight him! But, Kora! How can I... You have that key. It will bring him to his senses. I'll try it! Let's go, Tron! Okay. Ich glaube aber nicht, dass wir das schaffen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und da können wir auch nichts machen. Aber egal. Ich gebe mein Bestes. Wow, wow, wow. Das ist nicht mein Bestes. Das ist überhaupt nicht mein Bestes. Ah, Vorsicht! Oh Gott, wir haben überhaupt nicht genug Zeit dafür. Was ist jetzt? Was treibt ihr denn da? Was? Oh ne, oh ne, solche Sachen kann ich gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn jetzt alles Kopf steht, dann geht das nicht. Hi, ist das eklig. Ich weiß doch gar nicht, wo ich bin. Okay. Können wir mal bitte wieder die Seiten wechseln? Also ich meine, kann ich mal bitte wieder nach unten? Dankeschön. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich draufhauen muss. Hör auf! Den schaffen wir nicht in der kurzen Zeit. Dort schaffen wir nicht mehr. Warum kann ich den Hammerwurf nicht machen? Verstehe ich nicht. Oh, ich schaff das doch niemals in der kurzen Zeit. Wie soll ich das? Wie soll ich das? Wir haben nur noch 0,8. Irgendwas. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Ah, hör doch mal auf. Oh, der ist echt ganz schön hart. Und ich komm mit meinen Angriffen nicht durch. Wie man gerade merkt. Er blockt sie immer. Das schaffen wir nicht mehr. Komm her, du komisches Etwas. Oh Gott, wir haben... Oh nein, Bonuszeit. Ja, wir haben noch mal Bonuszeit bekommen. Oh, oh mein Gott. Aber nicht mehr so viel. Was jetzt? Jetzt ist es wieder gewechselt. Komm schon, komm schon, komm schon. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Ja, wir haben es doch geschafft. Oh mein Gott, in den letzten paar Sekunden. Ich bin hier. 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 Möge. Wer hat mich auf. Und kcaiert nicht. Ich bin hier. Und dann hier. Das war's für heute. Oh, Tron! I'll deal with you later. I have to retrieve Rinsler. He reached for my hand. Tron is still in there. You and that key have a special power. So do you. Power to make me see it. So, does that mean we're friends? Of course. What if my memories aren't my own? No. I gotta be like Tron. Maybe we're walking the wrong path. But our hearts will lead us back to the truth. Doppeldiscos. Yeah. Äh, flinke Flitzer Digital Cup freigeschaltet. Aha. Okay. So, jetzt müsste ich eigentlich zu Rico wechseln. Weil wir eh nicht mehr viel Sturzkraft haben, glaube ich. Oder wir machen jetzt hier erst noch weiter. Paradies der bösen Buben. Na dann. Stürzen wir uns mal wieder ins Abenteuer. So, mal gucken, ob ich das jetzt hier mal besser hinkriege. Das ist ja jedes Mal das reinste Chaos hier. Doch, guck mal. Diesmal mit Feuerwehr. Und Lufti Ballons. Luftige Lufti Ballons. Ja, das lobe ich mir mal. Einfach nur so ein paar schöne Ballons. Das mag ich doch. Einfach nur ein paar Ballons. Ein paar Ballons. Kann ich da einfach so durch? Ja, ich kann da einfach so durch. Hui. Wow. Wie soll ich die denn alle? Warte, warte, warte. Das bringt nicht so viel, ne? Einfach durch. Hui. Durch die Luftballons. Durch die goldene Mitte. Ja. So. Ja. 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 Was bedeutet das da mit der Zeit? Der Ring war nicht. Nochmal. Berühre. Was? Ach so. Ich muss 100... Oh. Gott. Das muss mir doch auch erstmal jemand sagen, dass ich 150 Ballons berühren muss. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Es ist halt immer dieses, ne? Jedes Mal aufs Neue muss ich erstmal herausfinden, was ich hier eigentlich tun soll. Immer wieder dasselbe. Ah, den habe ich nicht berührt. Den habe ich berührt. Oh Gott. Ich muss mal bremsen. Das geht mir gerade ein bisschen schnell. Das geht mir gerade ein bisschen schnell. So. Alles klar. Okay. Aber 150 Ballons. Wie soll ich das denn hier jetzt machen? Ach, ich habe einen Laser? Das ist doch nicht zu fassen. Das sagen die mir jetzt erst? Dass ich sowas habe? Ja, fertig. Na, immerhin. Den Laser hatte ich vorher noch nie. Ich meine, wo kommt der auf einmal her? Keine Ahnung. Keine Ahnung, woher auf einmal der Laser kommt. Ich glaube, ich werde das nie perfekt hinkriegen oder so. Zumindest nicht beim ersten Mal. Ich muss immer erst herausfinden, wie es funktioniert. Paradies der bösen Buben. Das Pinocchio. Er muss sein Vater zu Hause haben. Er ist schrecklich. Aber immerhin, das kleine Junge ist ein gewiss. Er ist schrecklich. Er ist ein Schrecklich. Der Bedeutelge. Er ist gebetet. 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 Also, vielleicht, einen Tag, er kann sich ein realer... Na jetzt, wir uns nicht vor uns, Jiminy. Erstens, du musst dich finden, Pinocchio. Hey, Jiminy! Was ist da? Hm? Wer bist du? Du musst nicht hier sein, junger Mann! Was? Du bist okay, Jiminy? Huh? Du willst, du hast mich gehört? Hm, was will ich sein? Das Name, Jiminy Cricket, ist bereits weit und weit. Wirklich? Du fühlst dich gut? Es ist mich, Sora! Sorry, du sagst. Hm. Gott, ich glaube nicht, dass ich dich erinnere. Aber das Name hat einen familiaren Ring. Ähm... Oh, ja! Rückblende, wenn Welten träumen. In the sleeping worlds, real time does not flow. Unless one restores the world by waking it from its slumber, It will stay locked in a dream forever. Thus, you may encounter familiar faces, but they are just figments of the dream. In actuality, they are sound asleep, trapped within a world that is also sleeping. What's more, whilst someone may no longer dwell in the real version of a world, dreams may paint a fuller picture and restore what seems to be missing. The real Jiminy Cricket wasn't trapped in this world, so... Maybe... It's like the dream worlds putting him back where he belongs. What's that? I can't hear you. Right. It's very nice to meet you, Jiminy. Well, sure. The feelings mutual, Sora. Oh, yeah. So, how come you said I need to get out of here? Haha. You can't fool me. You still think we know each other. And you've just about got me thinking it, too. Hmm. But where was I? Oh, yes. This is a terrible place. The boys here are allowed to wreck things and loaf around and make Jack-a-mules of themselves. Poor Los Pinocchio. He wandered in here on my watch. That's right. That's where I must have heard your name, Sora. From my friend, Pinocchio. He knows me. But how? Shame on you, Pinocchio. Playing hooky and goofing off in a place like this. I'm sorry, Jiminy. I was going to school until I met somebody. Yeah, uh, two big monsters with big green eyes. Hmm? Oh, you don't say. And then what happened? They, uh, they tied me in a big sack. Oh. Sounds like you were horsing around. But I snuck off when they weren't looking. My nose! What's happened? There. You see where those tall tales will get you? But it's all true. Even the fellow in the black clothes who said to play a trick on Sora. What? Now who was he? I've had just about enough of your fibbing. Hold on. I guess that part was true. Tell me, Pinocchio. Did that man in black say anything else to you? Um, he sure didn't. Well, good. Hey, look at that. That star again. The blue fairy. Why, Pinocchio. What has happened to your nose? Oh, um. Perhaps you haven't been telling the truth, Pinocchio. Sir Jiminy? Well, you see. Your honor. Miss fairy. Oh, please help me. I'm awful, sorry. You see, Pinocchio. A lie keeps growing and growing. Until it's as plain as the nose on your face. I'll never lie again. Honest, I won't. I'll forgive you this once. But remember, a boy who won't be good might just as well be made of wood. We'll be good, won't we? Very well. But this is the last time I can help you. That guy again. Forget him. If I don't find Pinocchio, he'll turn into a donkey like the rest of the boys. Right. Then let me help you find him, Jiminy. Really? I'd be grateful. But how in the world do you know, Pinocchio? Oh. Um. Hey. Over there. I see him. Gosh. Mattias, Pinocchio. All aboard, Jiminy. Take it away. Hey. Realitätswandel Blasenplatzer. Du kannst auf gefangene Gegner reiten und sie gegen andere Gegner einsetzen. Drücke X, damit die Blasen platzen und um Gegner in der Umgebung zu schaden. Drücke Kreis, um die Blasen zerplatzen zu lassen und einen Sprung, äh Supersprung auszuführen. Oh, okay. Schon wieder so viel, was wir lernen müssen. Das vergesse ich doch alles wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssie!